Ihr könnt auf nichts helfen! Ja, okay. Vakil ist verweilt. Was kommt denn da? Warte mal. Das ist auch nicht so geplant hier. Das ist nicht so gedacht gewesen. Das war ja nicht so geplant. Das ist eher nicht erwartet gewesen. Das war jetzt nicht so gedacht. So. Dann hätte ich mal ein paar Ritter noch produzieren. Und ein paar Magier. Ich brauch immer noch mehr Holz. Ach, komm her. So. Ich hoffe, die rennen jetzt hier auch hin. So. Okay. Wo sind meine beiden Leute? Ihr habt nichts mehr zu tun. Ich muss nur noch reparieren. Am besten braucht ihr da noch einen Turm hin. Weil... Offenbar reicht ein 5 einfach nicht, um das zu halten, diese Stelle. Also müsst ihr da noch mehr hin. So. 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 Dann mach ich das liefern hier direkt ab. So. 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 hier ist alles okay. So. So. Ritter ist bereit. Das ist gut. Das freut mich. Freut mich auch ordentlich. Ähm. So. 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 振・・・ ja. so norume mal vor foenix so machen die forschungsergebnisse können wir so alle leisten fast alle fast alle naja nur fast ne was macht das gold das wird dann noch knapp aber hier oben jetzt zum glück unser so ok und upgraden ich hab mir nur einen phoenix das wird nicht reichen deswegen müssen mehr mitnehmen so ok so der forsch hier rum so haben wir noch ne kleine gruppe so ich werde diesen phoenix mal nehmen zur aufklärung so gucken wie das in ihm gibt es ja 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 fertig so und dann da wimmelt das von gegnern ok so für uns habe ich dafür brauchen ja so sehr abgeschlossen habe ich aber noch länger und gut denke ich mal ich werde trotzdem mal ordentlich kaputt gehauen wann hier los äh warte mal das ist aber nicht so geplant ja das wäre vielleicht ein guter guter anfang hey äh das läuft nicht so gut hier ja los da rein die kann wie kommen die hier rein frage ich mich die kommen die hier einfach rein ich bin hier ich bin hier das fliegt in den himmel wir werden bald da sein mal älnder was ist hier denn los ich bin hier her wir müssen da offenbar auch noch verteidigung erbauen ich sehe schon wo das hinführen soll das habe ich jetzt nicht erwartet mal wieder nicht ja warte mal so wenig hier das ist schrecklich ach verdammt wie ganze Truppe hier wenn ich mich mit mit Weiküren und was bringt mir das gar nichts ja super was muss getan werden was muss getan werden ganz einfach erstmal bau sie das auf dann bau sie da die Welt hoch so da waren auch welche so anders geht es ja nicht hier hoffen du hilfst ihm auch du hilfst ihm jetzt mal so naja hier ist gleich alle ich will es dir so ok bei haben wir ab dieser stelle so in den himmel ok wir werden bald da sein wir werden bald da sein ja ich kann ich muss jetzt was mache ich jetzt äh da mal eine Gruppe und die kriegen auch eine Gruppe so 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 wir werden jetzt die mal ein bisschen ärgern hoffentlich klappt das auch so so komm her so ach wir werden gleich wieder irgendwie tot das ist ja super gelaufen ok ok gleich upgraden gleich upgraden ey mit wer hier ist schön keine Sorgen mehr haben bald ok aber vielleicht muss ich da von unten rein ja vielleicht besser ne so ich nehme mal ein paar Dinge mit so die kommen alle nach um die kommen alle da hin genau so wie die was nie passiert da muss ich mir auch immer überlegen ey so was macht der da eigentlich er weiß ja die zähne aus auf jeden fall das macht er so kann es gleich weitermachen so ja kommt die streitkräfte werden angegriffen ja super ist ja super ehrlich ach ja kann ich auch upgraden kann auch nach oben ach ja kann es gleich wieder am baugerissen bauen kann es gleich weitermachen damit kann es gleich weitermachen damit so der auch erweiterung abgeschlossen hat der auch so damit die bisschen stärker sind die andere hier überstehen können da muss auch mal noch eine basis sein und dann sei rechts von uns hier mutig so okay so erweiterung abgeschlossen hat erweiterung abgeschlossen hat was muss getan werden ja komm her ja komm her und dann kann es dann wieder zurück okay so dann haben wir die hier halt fertig das gebäude ist fertig halb erweiterung abgeschlossen hat ja super ha ja das gibt es doch nicht hört doch auch mit diesem scheiß ehrlich erweiterung abgeschlossen hat erweiterung abgeschlossen hat erweiterung abgeschlossen hat das gibt es auch gar nicht oder die wollen bisschen ärgern ergernd ergernd die uns dort wie die das ist nicht so geplant gewesen erweiterung abgeschlossen hat man man einfach mal den hier er und hierher tun wir es ach nee ey ja noch da beruh' denn mal so nur aufpassen dass ich hier nicht weg frei mach oder sowas an und für sich das ist wie blöd ja wenn wir noch ein wenig sind gut erweiterung abgeschlossen herr ja das ist um die kontrolle noch ein phoenix bei unten hin das gebäude ist fertig so man mache ich mit denen hier ist nicht ich tue was das konzil verlangt was wünscht ihr ich tue was das konzil verlangt ich glaube ich nehme den magi auch noch mit so sei es der hatte ja ordentlich was zu tun hier ja das ging doch gut war lange zauberzeit naja gut ist es halt so so naja der fährt gerade lange ab ich sehe hat er unten die szene ausgebissen und macht das drüber so ok muss ich auch noch reparieren mein typ was muss getan werden ach so du hast nichts mehr zu tun genau kann ich auch noch reparieren hier wäre vielleicht wirklich eine gute idee so ok ähm ich habe hier eine supergruppe 2 ja ach der oder tut der eine phoenix ja was ähm 6 ne 7 braucht man uns flieg mein klinker adler was soll ich tun ach jetzt haben ja habe ich hier doppelt dreifach naja gut egal ähm naja so ähm spricht es aus so wie ihr verlangt ich tue was das konzil verlangt 6 7 ne ja oh scheiße ich trage das Licht das war jetzt mal richtig übel ich habe gerade mal einen eigenen Priester weg gehauen ey ich wollte doch ein bisschen mehr von von denen das lief ja nicht so gut so Aufklärungsarbeit leisten ist hier ich habe warum 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 macht die ich mache sowas dann manchmal machen die blöden zu blöden zu doof ehrlich was wünscht ihr was wünscht ihr so sei es so so soll es sein spricht es aus was wünscht ihr so wo sollen wir hin so wo sollen wir hin so sind wir da sind wir da sind wir da sind wir ein bisschen anders machen weil ich kann euch das Gruppe machen das ist jetzt Gruppe 7 aber noch eine Gruppe 8 am besten Spricht es aus ich tue was das konzil verlangt Gruppe 8 so haben wir ein bisschen was hier zu machen so ok können wir ein bisschen aufklären aber wir sind untereinander gekommen muss ich ehrlich zugeben das das ist die Super Gruppe 1 warum das verstehe ich nicht so ok nehmen wir das nehmen wir das ein bisschen mal so ok und fahren wir werden angegriffen wo wieder von da kein Problem nehmen so so kommt so weg auch so ja super ne so wieder wieder tot verlieren wir einheiten nicht 1 2 5 5 5 5 verloren das kann doch nicht wahr sein so was macht man was macht die die kann wieder operieren wir werden angegriffen nicht wahr sein oder ach nee kann doch nicht möglich sein dass ich sofort wieder attackiert werde unsere streitkräfte werden angegriffen es gibt es doch nicht ja ist wohl wieder klar ne ja ach komm her weg 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 alle weg weg da du auch so verreckst du da noch wie er wünscht ach Gott wir sind wie irgendein blöder Zauberer unterwegs hier was wünscht ihr ist was soll ich tun in den himmel so super gut an ehrlich sind wir gut an absolut traumhaft da gibt es die kurz zu sagen ehrlich wie kommen wir jetzt hier im besten voran ich weiß es nicht ja super gleich direkt so gut als nichts hier habe ich das Gefühl das Gefühl hier kommt man gar nicht voran hier so typisch ich bin hier nur ein habe ich nur noch ein übrig Ja, fängt da sogar super an hier, ey, komm nicht voran, nix. So. Oh, come on. Das kann doch nicht, das kann nicht wahr sein, ey, man muss wieder anbrechen. Da haben wir keine Chance. Also gesagt, kein nix. Zurück, ja. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ey, man wird da wieder Glanos fertig gemacht, dort an ihrer Stelle. Haa. Ja, das ist super, ne, man hat ja nix erreicht. Ach, ich muss da wahrscheinlich mit allen Einheiten rein oder so, ich weiß es sonst nicht. Ach, nee, das klappt so gar nicht. Ist eigentlich in Magie abgeblieben, auch tot? Ah, würde mich ja nicht wundern. So. Ich werde da jetzt, ich werde da jetzt ein paar Einheiten noch produzieren. So. Ach. Und am besten noch ein Katapult auch noch. Wir werden angegriffen. Keiner, keiner tot von uns. Okay. Okay. So. Na, werden wir jetzt mal einen kleinen Angriff hier. Vernünftigen Angriff machen. Nur mit Dingen klappt das gar nicht. Ähm. Ja. Wir werden uns da jetzt rein kämpfen. In diese Basis. Ich werde es wieder probieren, ob das funktioniert. Ich weiß ja auch nicht, ich bin ja auch nicht dran drauf, um sie aufzugeben, aber... Irgendwo muss ich ja gehen, ne. So, mit allen Einheiten, die wir zusammen trommeln können, ne. Ja, genau. Die ist einer und haben einen Turm verloren, fällt mir gerade auf. Wo mich hier noch einher. Was muss getan werden? Ja, du bist ja auch verletzt, ne. Du kannst ja die trotzdem mal um den Neubau kümmern. So. Das... Da muss ich vielleicht noch, vielleicht noch zwei weitere Ringen bauen, ey. Sonst wird das nichts. Geht gar nicht. Passt nicht. Ne, ich muss nicht warten, bis der Baum weg ist, was weiß ich nicht, va? Okay, immer hier. Ja, muss ich immer so machen, naja, auch nicht schlimm. Ähm. So. Okay, ich hoffe, dass dieser, dieser Tür im Halten eine Weile hält. So, was macht unser Katapult? Ist das schon fertig? Da sind eigentlich alle schon fertig hier. Haben wir noch ein Einheiten-Limit? Da ist der Katapult, da ist der Katapult. So. Wir können doch nichts mehr bauen, ich weiß nicht. So, was mir jetzt fehlt, ist ein Phönix. Den ich nie mehr habe. Das Gebäude ist fahrtisch. So. ja jetzt bräuchte ich eigentlich brauche ich einen phoenix ja den krieg zum glück noch den brauche ich nämlich am wichtigsten eigentlich nur zwei aber ich habe nur ein super verteidig wird hier überrat unsere stellung her ja natürlich habe ich keine immer wieder zurück nach kann nicht wahr sein scheißdinger ey wieso gibt es da keinen turm der nicht entgegen kämpfen kann ach verdammt nochmal wir geben so ein keks hier doch wie reizt man mit dir kann ich wieder ganze kram bauen naja und da kann ich da hinbauen was sich geht wir leben wird die arbeit nie die enden also aufpassen bei den katapulten das ist ziemlich gefährlich ach ja so das ist eine gruppe so was ist hier los das gebäude ist fertig wir werden bald da sein so das ist eine gruppe so so